die sie so manchen müssen und das auch um nur check-up ein kasselte zu sein aber die heißt so auch noch nicht alles ist im mitschieb im mitschieb nur im mitschieb im mitschiebe Ich seh schon. Ich seh schon. Junge, was ist mit deinem Bildschirm los? Stretch ist sein Großvater. Ich muss mir das Gassel mal angucken. Verlink... Verlink wenigstens mein Mindstream auch in der Videobeschreibung. Ach komm. Ach komm. Ach komm. Weil ich muss Thumbnail ändern. Thumbnail sieht hässlich aus. Erweitert Thumbnail so. Bilddatei auswählen. Stream Online Doppelpunkt. www.youtube Slash nise www.youtube.com www.youtube.com Schickt immer was über Insta. Ich muss mein Thumbnail vielleicht immer noch ein bisschen verbessern. Aber auf jeden Fall besser als jetzt. Ja, okay. Mein Stretch sieht ein bisschen behindert aus, weil es 1080 x 1080 ist, okay? Okay. One by one... Wenn du one by one baust, hast du dein ganzer Bildschirm einfach eingenommen. Warte mal, ich muss grad mal kurz hier auf YouTube mein... Wie er sein Stream Promoter auf WhatsApp? Ja, natürlich. Oh, wie will man sonst auch Zuschauer... Rangkomm, alter. Oh, komm, komm, mal unngestreamt, alter. Komm, lass mal unngeraden mit mein Zuschauer, alter. erst mal ungemütze erst mal unge mit 15.000 youtube anreden kanal anpassen You don't come to school tomorrow, then nerf Splatoon Edition so fang wir an Nico, Jan, bereit ja Alter, es ist voll scheiß, dass ihr nicht mehr ein Nipp in eurem Namen habt wirklich Wirklich. Ja. Dafür gibt's ja schon einen Band vom Nip-Clan. N, N, N. Nochmal! Oh shit. Oh shit. You got the moves. Weil wir sind wie so komplett auf die andere Richtung. Ey, wie hast du da gerade Ball geschrien? Habe ich das gerade richtig gesehen? N, 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 N. Ich glaub's geht los, Mensch, 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 ich glaub's geht los. Oh ja, da war mein Popschluss gerade mal kurz abwesend. Ich muss mein Mikrofon beim Spielen bisschen leiser machen. Aber aber auch nur dezent hier. Nur auf. Äh. Vielleicht einer? Nein, 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 warte, 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 warte. Scheiße, scheiße. Oh Gott, also rausspringen, rausspringen. Leck mich am Sack. I guess I never miss ya. Muah. Okay, okay, ne. Okay, ne. Okay. Okay, da miss. I guess we never miss. Nein, bitte ja, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein. Man hört einfach das ''Muah'' gar nicht. So I guess I never.. Oh stop. Lecky Alter I go broken Perfeeekt Ich geh zwischen Broken und Main Du meinst Long Da meinst ich halt Long Waschloch Hä? Aber irgendjemand von euch hatte gesagt das heißt Main Main ist ähm Main ist äh Die sind mit dieser allgemeinen Mitte Bei dem noch funktionierenden Teil oder noch nicht kaputt Also Das Richtige Seine halt ne Es gibt Upper Mane und Lower Mane Es ist halt oben Ja das weiß ich auch Es war dann Lower und Upper Mane Weil der was schön schön reingekommen ist Also da ist aktiv ein Zuschauer Kann man sich die Zuschauer nicht anschauen Aktiv ein Zuschauer, der sie selber wissen Stimmt Wenn du dir das hier selbst zuguckst Dann bist du selber Ja Oh ich bin das echt selbst Oh fuck Leben Leben Ere Genommen Ami Ami Ich bin das Ami 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 Mein PC ist ja der perfekte Stream-PC, einfach. Ich hab bald zwei Grafikas. Perfektos. Ja. Oh! Nein, nein, nein! Bauen! Bau doch! Hallo? Ich hab X-Hörer. Ja, okay. Es war ein komplettes L. Es war ein komplettes L. Wieso bist du doch ein Dusty? Oh mein Gott, er dr... Wie konnte er mich gerade noch gewitzt? Guck mal, wie er mir noch hitgedrückt hat, Alter. Hab ein, hab ein, hab ein. Hab ein, hab ein, hab ein. Diesen DZ, ähm... Los, ich sag... Jan Woll, Digga, er trifft mal wieder jeden Schuss, der kleine... Alter, Junge, ich war grad... In meine Faust war grad ein Millie... Dich, Alter. Nein, es ist ein Millie. Habt ihr einen? Hälft doch erst mal, Jan! Oder so. Geht natürlich auch. Mein Gäste... Nerve miss, ja. Hab ihn. Ehre, genommen. Lass mal bitte Blow Pump. Hui. Amy Blow Pump. Nope, nehm ich nicht. Moin Moin. Da muss ich zuschauen. Warte, ich will gucken, wie man selbst Clips clippen kann. Ist ja schon traurig, wenn man selbst in Sachen... Man kann auch die Typen clippen. Ja, okay, das ist scheiße dann. Aber du kannst jetzt Stream online lassen und dann, äh, mit Bildschirmaufnahme ein paar Clips draus machen. Das ist natürlich auch chillig. Alter, Junge, da komm ich einfach ins Inventar, Junge, da kommt er ins Inventar. Okay, da fang ich an, dann auf Twitch zu stehen wahrscheinlich. Auf Twitch ist auch besser. Twitch ist einfach ne bessere Streaming. Plattform. Plattform. Bessere Streaming-Plattform. Ja. Wo gehen wir zum Beispiel? Gehen wir das die Mütze? Ich muss den Flüchter füllen. Ja, muss dann den Flüchter füllen. Und die sind vielleicht wäre? Die Zweine von Lasch zu verstören. Ich sehe da vorne etwa eine Scope A-R, die mich mal kreuzweisen kann. Ich spiele jetzt einfach alles noch niedrig. Ich trage ich grad dezent auf für die ganze Scheiße. Das ist ein bisschen ruckelig. Ich bin immer noch in der 4.50 FPS. Jetzt ist es noch ruckeligger. Äh, mich lohnt. Tieferen Grafik, äh, Grafik. Das ist noch ruckeligger. Ohne Spaß. Es war grad ruckelig. Ich leck noch ein A. Alles klar. Ohne Spaß. Es hat halt kurz richtig gelockt. You're talking doodoo shit right there. Schlicht zu zrk, NW würde ich sagen. Also wenn ich ja Amy ankurriere. Ähm, die sind im Container zirka. Waschen das hier rein. Hat mich ultra angehettet. Amy, alleine würde ich sie nicht waschen. Da ist einer von denen schon mal. Nooo, nicht für nötchen. Hä, Aim. Nicht da. Guck was ich vermacht habe. Ich hab eh nicht sterben sehen. Hab sie Young gewechselt. Er ist direkt gestorben. Hab sie nie geguckt. Das guck ich mir jetzt zum Livestream an. Das guck ich mir jetzt zum Livestream an. Das guck ich mir jetzt zum Stream an. Ich wollte mich heilen. Guck da nach hinten. Seht er wie ein schwarzer Wolf. Einfach mich abscoped. Wie ein Hedy. Hä, guck in meinem Stream. Guck in meinem Stream. Nein. Hehehe. Guck in meinem Stream, was er mit mir... Bitte guck in meinem Stream, was er gemacht hat. So, ich glaube, ich geh jetzt auch rein und mach mal Mittagsschlaf. Ich hab die 75 AP. Gib mir One-Shot mit Skir. Ich mach jetzt mal Mittagsschlaf, okay? Okay. Mittagsschlaf. Mittagsschlaf. Bis später. Ja, Mittagsschlaf. Bis später. Wer hat meinen... Ich dachte, irgendjemand hat meinen Schlaf-Card Channel gelöscht. Habt ihr geguckt zum Stream. Bis später. Ja, bis später. Ciao. Ich komm wahrscheinlich wieder so 21. Falls mein Wecker funktioniert. Mhm. Ja, direkt. So. Hehehe. Ist so halb am Aushassen. Das guck ich mir jetzt zum Stream an. Das guck ich mir jetzt zum... Nein. Ich bin gleich wieder zurück. Ayu. Ey, oh mein Gott, lass hoch-explosiv, oder? Nein. Nee, nee. Nein. Nein. Mh. 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 Ich muss mal Streaming-Einstellungen hier machen. Stream. Ausgabe hier. Das passt alles. Tada. Replay. Audio Stream allgemein. Mit wie viel FPS hab ich denn eingestellt? Video. Übliche FPS-Werte. Oh mein Gott, also den Einzügel hab ich grad echt richtig lecker geholt. Lecker schmecker hab ich geholt. Bin auch in einer halben Stunde wieder ähm... Ups. Falsches Ding. Bin in einer halben Stunde wieder weg, aber dann komm ich ähm um circa... Ja, ich gehe doch bereits. 22, um 22, 22 halb wieder. Ich kenn mir jetzt mal diesen ein Kill-Dent ich gemacht hab in meinem letzten kurzen Moment. Alter, ich liebe ich hier sowas von. Weil wir hätten... Ich hab so ein geil Kill-Dent gerade vollgemacht, Alter. Loch. Ergiss. Okay, nein. Nein! Scheissshit, Alter. Mann. Du kannst ja die kann gemacht werden. ich hab mir doch gerade nur kurzfristig angeguckt warum hat man es dann bis hierhin weil ich mein Handy ziemlich laut gestellt hat und mein Mikrofon ziemlich gut ist die Zielgeräusche aber nichts zu setzen die Städte der Verbrechen mir doch scheißegal wir müssen mal für Stream bis ins Safer-Spiel wir müssen auch mal wirklich liefern oder so für Stream ist mir eigentlich so viel Risken wie man kann ja, no risk, no fun, you know keiner wird das wirklich ähm, angucken wollen, wenn du nicht so viel Spaß in der Freizeit du musst Viewer-Side angucken nicht ähm Gameplay-Side oh komm komm, meine, 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 meine Junge gehen hier wieder hin, Kappa oh scheiße, Alter keine Waffe Typhoon, Alter ich hab überhaupt nicht geklickt oh, da ist ne Waffe ne Shotgun, nice du musst wieder zuschauen, Alter wir werden schnell sterben, also Amy, da vorne ist einer ja scheiße oh mein Gott, Alter oh mein Gott ich glaube nicht, die Kill, du Affe, Alter hi 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 okay, wir müssen uns n bisschen benehmen wir müssen Tria wir haben benehmen ich muss dir ein paar Sachen beibringen mhm ich muss ein paar Situationen stellen und dann musst du mir sagen, was du in Situationen machst weil, hab da so ein paar Verdächtigungen äh, so, ein paar Vermutungen oh mein Gott, Nigel, kann ich mir jetzt ich kann das mal Ich will ja gerade nicht sagen, aber ich habe diesen Typen gerade getötet. Ich gucke jetzt wieder im Livestream. Ob das einfach nur ein anderer war oder ob es einfach dasselbe war. Moment. What the fuck, Alter? Alter, Nico, wenn du so viel Zeit anverschwenden musst. Nein, Digga, aber wenn ich jemanden töte und einfach ein paar Sekunden später wieder dort steht. Ey, ich mach mich mal kurz gucken, Leiter. Hä? Ist ja egal, ist egal, brauche ich nicht. Leute, jetzt müsst ihr im Stream einfach gucken. Ihr müsst im Stream einfach gucken. Warum? Weil der Stand eliminiert und er steht da noch und schießt weiter auf Amy und baut sich zu und überlebt einfach noch weiter. Sowas habe ich noch nie gesehen in Fortnite. Sowas habe ich noch nie gesehen. Sowas habe ich noch nie gesehen, Alter. Geht auf 1... Geht auf 1... Geht einfach auf 1... 1... 1... 7... Ne. Na doch. Geht auf 1... 2... 1... 32. Ne. Nimm einfach deinen Stream auf und schick's dann in die Lap-Gruppe. Du nicht nepper. Wollen wir ein Minigames spielen im Preglon jetzt? Nein, keine Minigames. Nein, keine Minigames. Nein, nicht diese Minigames. So, Heiden Sieger oder so, das ist gemacht. Nepper, der Fleisch hier ist. Ich schläft die direkt mal anziehen. Ja, ist doch alles. Nein, kämpfen. Ich will eh nie nur was beibringen oder nachmachen müssen, ein Heiden Sieg. die zeiten wo ich bin ich habe eine scheiße gebaut habe ich vermisse das schon das habe ich alles ich habe es auch so ist es auch dort gibt es auch dort auf die meinte ich weiß wie brauche das kommt auf die gesorgt ja ja ich habe mich auch ein schicksal in der gruppe es geht gar nicht hier warum braucht es nicht da wo ich will es macht es nicht immer dann wird die sauber sein es wäre nur Spaß als wenn ich das wirklich mach naja verpiss dich ich hab keine Waffe alter ich hab keine Waffe ich hab keine Waffe du spa- ja ok ich wollte eigentlich nur um dich schießen nein ich hab keine Waffe verpiss dich jetzt hab ich ne Waffe au schade ich hab nachgeladen schade naja dann geh ich eben shotgun holen auch ne shotgun nämlich oh mein Gott 6 AP 6 AP Hör doch auf zu spammen alter so richtiges Spam Alter ich hab immer noch keine shotgun ich glaub 6 AP höh schade ja 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 oder hör doch auf Digga ich hab mich angeschossen ja ich hab dich mit 6 AP getötet Amy erstmal ja ich hab auch keine Waffe ja mit was hast du mich grad angeschossen mit was hast du mich auf 6 AP runtergeschossen ja wie hast du mich dann auf 6 AP runtergeschossen das war noch davor bevor ich es keine Waffe zu machen hatte war ziemlich zu schuld hab ich überhaupt zu schauen nein hast du mich warte scheiße was Nico wo bist du alter hä ach was umi oh schitzfalten ist ja hä nein faltern hab ich ausgemacht ich bin neiter oh neiii nein ernst warum musst du falsche es gibt gegen Leine deploy Falschaden ist so ist geiler man kann jemand boogiebomben und dann kann man ihm Falschaden hinzufügen egal ob da drin ist oder nicht hat dein eigenes Pech Falschaden 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 mine Bidis merkt dich das vergeht vor allem ich renne hier immer doch mit 6 AP rum ne hab sie schon wieder mit 6 AP getwittet ja langsam wirds witzig ey langsam wirds witzig doch wie legal wie hat der schuss gestrückt ja, jungen ist es dann ernst mit schmieden ohne ein bisschen wir sind zwei gegen eins zwei gegen eins wir haben gesagt wir wechseln Team ja Amy endet Endet-Omer Team weil. du bist ja lower hast weniger HP ne weißt du oder? du schimmst, alter wenn du siehst dass Amy und ich fighten dann hör auf anzugreifen Vor allem, ich war halt schon längst draußen. Ich hab sogar schon ein Ding geplaced. Ich war schon so längst draußen, Alter. Schießt du mich jetzt an? Wir fighten doch. Oh, bist du behindert, Alter? Wir fighten doch. Du hast doch grad mit Amy fightet. Ich wollte nur Spaß. Der hat mich nur versucht anzuschießen. Der kann ich ja nicht wissen, ich wollte dich eigentlich gerade in Ruhe fighten lassen. Aber wenn er mich anschießen und einfach nichts sagt, nicht in der Luft abschießen. Jungs, du machst. Ich war einfach reingegangen, ja? Ja, wow, das zeigt. Ich schaue dich. Ich schaue dich. Ja, ich schaue dich. Ja, ich schaue dich. Du bist ein Stupido, Mister. Hör auf! Hör auf! Hey, wo bist du? Hier bin ich. Hä? Hä? Hey, Mi. Ha, Sumi. Häh? Nein! Ich blege. Ich blege. ich hab gerade unnormal gechirrt fast 7er Hit 7er Hit ich komm nicht drauf klar 7er Hit auf Busten ich hab je alle Bullets haben getroffen alle Bullets waren komplett drauf 7er Hit warum alles klar falsch hat es auch danke dafür hab ich gesagt ich weiß warum hab ich jetzt nur 50 Ding nur 50 Schild Hä? ja das ist doch komplett behindert ist doch gut nein das ist behindert du kannst ja doch so rum das Neiper macht 200er Hit Headshot ernsthaft Junge ich schläft dir mach falsch an aus ein Mal das ist so eine Positivität du kannst Clyde redeploy Alter Junge man stirbt Instance wenn man sich nur einmal verbaut Clyde redeploy Gibt es bei drei Units alles klar in der Luft abschießen was haben wir dazu gesagt du kannst du nicht du kannst du nicht du kannst du nicht du bist dumm oder so es geht es geht nicht es geht nicht völlig ab drei Units schon warte ich willst du eigentlich das kommen oder willst du weiter mit mir diskutieren es ging gerade bei mir nicht weil ich gerade drei Units runtergefallen bin warte 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 nicht hin ab hier sind drei Units ab hier sind drei Units aber ich soll lieber hochgehen ne ja ich bin grad das Radar ab also das sind drei Units ich bin gerade bei drei Units kann man doch man kann ab drei Units ähm 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 man kann es nur ab zwei bei mir ging es gerade nicht manchmal mag das halt auch falls du es noch nicht wusstest alles klar Gigi Sag GG nicht Gigi Alter Amy bitte komm doch einfach und er aufzusnipen ich krieg sie nicht so gut im Nachkampf es ist gut im Schreiben ja aber das bringt doch noch nix doch eigentlich schon Schreiben natürlich ist sie gut im Nachkampf das geht im Nachkampf nur nicht die beste weil ich komme so wie er steht wie Maike Meier ne 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 ja moin ha 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 das moin nicht ich spam leertaste ich spam leertaste der scheiß Gleiter öffnet sich nicht 32 Meter der Gleiter öffnet sich nicht der Gleiter öffnet sich nicht der Gleiter öffnet sich nicht ich fremd ich hab gerade allemaal Schüsse ich hab gerade einmal Schüsse ich hab gerade einmal Schüsse ich hab gerade einmal Schüsse Oh mein Gott! Was war das denn? Was hab ich denn grad finden? Echte Art, Bitch! Oh, sorry, 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 stream, stream! Keine... Okay, bauch halt einfach nicht, ne? Alles klar, Fortnite liebt mich! Oh mein Gott, Alter, was macht... Seit wann macht ein Quartz so viel Schaden? An, ähm, Ding, an Gewonnen und so? Das macht ein One-Hit! Ich bin scheiß verdient jetzt! Wenn's ein One-Hit macht, dann fall ich jetzt mal kurz gegen Mauer. Oh mein Gott, das macht echt ein One-Hit! Wenn du halt boostest, aber dann nur, ne? Ja. Direkt! Boah, nehm ich Schaden! Oh mein Gott! Hey, Schaden, nix! Kann losgucken! Scheiße, wieder hab ich das Video dieses Mal gesagt! Oh mein Gott! Was machst du, Nico? Ich versuch da hochzukommen! Ehre! Ich hab einen Einziger-Hit habe vor allem getroffen! Wenn nämlich so... Ich gesnippe mich jetzt! Oh mein Gott! Mein Quartz ist mein 14-RP! Gott! Junge, wo warst du? Hat der gerade getroffen? Nein! Oh shit! Was für ein Vorteil! Ich hab keine Ahnung, die Ahnung! Aber ich hab ja gar nicht gebaut! Oder was hast du jetzt gerade gemeint? Ich hab nichts gebaut! Ah ja, ich auch nicht! Du hast noch ein bisschen gebaut, du hast noch ein bisschen eingebaut! Hey, mir hinter dir! Ich schätze nicht mal, wo Amy ist! Komm doch mit! Wieso legst du das gerade nach? Hä? What the fuck? Edit! Edit! Ich hab nicht gecheckt, wo du bist! Ich auch nicht! Alles gerade aufgebracht, um mich mühsam dort hochzubauen! Quick Scope! Aber Hauptsache der Hit zählt nicht mehr! Obwohl ich gerade ex... Kennt ihr das? Wenn ihr genau in dem Moment, wo ihr gerade liegt, auch gehittet wird! Der Hit nicht zählt! Kenn ich! Zu gut! Das ist dein Ding, ich gucke! Niko, bitte nicht! Hä? Hast du jetzt so relativ... Ja, Yinn... Wenn ich nirgends was tut, tut! Sorry, wenn grad jemand im Stream ist, musst du raus. Nein, 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 jetzt bist du auch dabei, jetzt bist du auch dabei. Ja, okay. Keine Trifft. Ich hab ihn so, ich hab dich so, Alter. Ich hab dich so was von. Sicher? Sicher. Ja, aber auch nur wegen meinem AR-Headshot. Ich hab dich aber nicht mehr gebaut. Ich hab die ganze Zeit gehalten, ne? Aber ich hab dich gebaut. Was gibt es? Ja, ich hab dich auf. Ich hab dich auf. Ich hab dich auf. Ich hab gar keine Metze, ne? Ich kann jetzt einfach nichts machen. Was? Baby! Ich hab dich auf. Ich hab dich auf. Oh mein Gott, ne? Oh mein Gott, nein. Junge, lass mich doch erst mal landen. Junge, denkst du? Denkst du? Ich erschreck nicht, wenn du auf einmal so eine Walküre vor mir landet? Schaltzer. Denkst du, ich seh dich, ne, Amy? Denkst du, ich seh dich, ne, Amy? Denkst du, ich seh dich, ne? Symit, wo bist du eigentlich? Ich komm gleich. Ah, da oben. Ne, das ist Amy, ne? Oh. Falsschaden ist an. Das hab ich ganz wegge... Aber der eine siebte Geldschaden hat mal gesessen. Muss man auch länger. Ich mach jetzt einfach den Stream aus. Ah. Sumi, wo bist du? Ey, ich hab keine Metz. Hä? Ja, du hattest mich... ... runtergeschossen. Sumi, du hast jetzt schon gewonnen, weil ich keine Metz hab. Ich hab auch nur noch 100. Ich hab 14 AP. 9 AP jetzt. Oh mein Gott, nein. Das ist grad nicht passiert. Das ist grad nicht passiert. Wie langsam fliegt man? Okay. Ja, ne, ich komm mir vor allem halt auch nicht mehr hoch, ne? Das ist grad grad das Problem. Das einzige Problem. Junge, seit wann schwimmen wir Explosionswaffen? Hab ich grad... Ich hab grad schon verkackt. Ich werd grad geschossen mit Explosionswaffen. Ich hab grad geschossen mit Explosionswaffen. Ich hab schon wieder. Junge, wub. Ja? Ja? Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Wir können sich mal bauen. ich weiß doch gerade mit amy oder wo ist ne scheißregel ist mach weiter warum ist ne scheißregel warum ist nicht eigentlich ne scheißregel ich kann auch einfach immer runter geflogen kommen da rastest du auch irgendwann aus wenn ich dich einfach immer wenn ich von oben komme und dich Wupport Rastor in Bordos scheißegal ich will einfach nur killst hä sie läuft einfach noch zu wo 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 bist du denn wo bist du denn wo ist denn jetzt schild ich hab's gerade angehitzet vorlesen weil ich tun weil er mich angehittet hat obwohl ich das nicht fight weil du mit amy kämpfst du bist ja meine grillung schon ja boi boi he he 1 pom ist da 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 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 4 5 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 das ist von Schabbert Kettis Leipzig und du kannst das gleiche die soll ich mir eine holen ich muss erst mal eine Automaten ich habe noch einmal Nein 105er Body Shots alles klar Ja, das ist maximale Mittelfeld. Welche fang hast du? Blaue. Blaue, ja, ist möglich. Hör, Zubi. Hm, hm. Jolo. Nein, du hast dich durchgepackt! Du hast dich durchgepackt! Nein! Okay, hätte ich nicht erwartet, dass ich dich durchpacken würde. Keine Merze, du hast dich schon gewonnen. What the fuck? Ich weiß, was gerade bei mir passiert ist. Du bist einfach mitten in der Luft stehen geblieben. Du bist einfach mitten in der Luft hängen geblieben einfach. Und dann war ich tot. Nach, dann, nach, dann, nach, dann. Nach, dann. Meine Scheiß! Ach, egal. Egal, 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 egal. Ich muss mich wirklich konzentrieren jetzt. Ah, sonst wird's zuhören! Hi! Bis dann, zum zum zum. Nico! Sorry! Sorry! Nur die Regel macht mich selbst schon verfolgen. Ja, ja. Ich hab gerade für den Zweifel verspürt, wie du das richtig schön in der Luft drum geschwägt bist und so noch. Sorry. Nein. Und du mir sagst, ich hab ja überhaupt durch einmisch. Aber wenn du dann, wenn du dann, wenn du selbst mehr krass, dass du dich einmischst. Ja, es war ja grad so, ne? Im Unterbewusstsein, verstehst du? Oh! Ich lass es. In Ruhe. Nein, musst du nicht. Nein, musst du nicht. Oh mein Gott, aber der 110er hätte schon da noch gesessen, Alter. Ah, aber ein Scheißblatt, Alter. Vor allem, ich renne halt einfach die ganze Zeit da so mit, äh, äh, mit, äh, 41 AP rum. Mein Klientin. Wie viel AP hast du? 18. Naaau. Wir sind mehr von Chuck Chuck. Nein, 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 mein Freund. Hab ich aber schon. Ja, keine Metzen mal wieder, ich muss jetzt farmen, Leute. Ich geh jetzt farmen. Aha, da sitzt der. Hä? Ich geh farmen. Ich geh farmen. Ich geh farmen. Das war der Eintrachtsteil in meinem ganzen Leben. Du gehst, du gehst nicht schön nirgendswohin. Ich muss doch nur metzformen, lass mich doch bitte metzformen. Hä, so mir, wo ist der denn? Ja, ich hier, ähm, nordwesten von Tilted. Oh, er ist so süß. Halt, Mau. Ich treffe mich dabei, wirklich gar keinen Meister. Das ist einfach, Schatz. Ich muss schon ein bisschen trainieren. Mein Gott, das ist ein Lahm, ich brauch so trinken, Muni, Alter. Ich bin grad low of all, Alter. Ich hab keine Munition, ich hab kein Netz, ich hab nichts gerade. Hab noch ne legendären Heavy Shockgang gefunden. Wer kennt's nicht? Sumi kann ich haben. Alles klar. Nee, 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 ich mach Double Heavy. Geht nicht. Egal. Falls ich bei einer Muni keine Muni mehr habe, kann ich die andere benutzen. Double Heavy, äh, normal Heavy geht viel schneller als Double Heavy übrigens. Nein, wenn man Double Heavy könnte, dann wär's schneller. Ja. Ah, Amy. Willst du uns doch nicht die Heavy haben, oder was? Amy! Ach so. Ach so Sumi. Sag das doch. Sag das doch. Sag das doch. Warum sollte ich? Juni, ich hatte nur noch 6 HP. Ich will doch nur mit meinem Quad nicht die Stadt. Ich will doch nur mit meinem Quad rumfahren, hör doch auf. Ich will mit Quad ein bisschen rumfahren, bitte. Erst auf jetzt. Nur so, nur so aus Spaß, ne? Ja, ohne Spaß. Ja, ich hatte 8 HP, was euch da macht, ne? Ja, okay, gut. Habt ihr das mit mir angegeben, dass du mich anheben könntest? Wie kannst du eigentlich jetzt schon wieder Schild haben? Ich hatte kein Schild. Ich hab 86 HP nach Sumi's Fight. Ich hatte die aber grad noch Blow Life, äh, Blue Life abgezogen. Ja, ich hatte nach Sumi's Fight noch 10 Blue Life. Hey. Was war das, Amy? Wie viel HP? 10! Was? Ich hab dir auch grad nen Headshot gegeben, aber was? Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Ein Grüne Pump, äh, Grüne Tech. Ferrer, du bleibst, ging nicht! Junge, wie langsam fliegt man, Alter. Das ist ja mal die größte Scheiße. Los, Amy. Los, Amy. 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 Ich fliege. Amy. Amy. Nicht. Hi. Oh, mega. Hä? Eine Heavy. Warte mal, ich muss... Nein, 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 nein. Ich muss kurz was ausprobieren. Weil mehrmals hat grad meine Vortaste schon ausgesetzt. Kann sein, dass die kaputt ist. Amy, warte doch! Die geht noch. Was denn? Yo, meine Vortaste geht eigentlich noch. Aber es kommt zu im Raum, warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. So, hier, hey, die lady heavy, kannst du hier nehmen jetzt? Oh mein Gott, dann haben alle Heavys außer ich Das ist zentot fair Ja, weiß egal, ne? Der ist schlau, ja Hey, die Heavys liegt wirklich da, die epische Leute Was? Junge Nico Achso Oh mein Gott, war der knapp, Alter Du kannst aber nicht schneiden Ja, ach, ne Versuch, ihn mal zu schneiden Ich ihn Sehr, sehr gut, Nico Nein, nein, Nico, mich Er ist so, er braucht 20 Sekunden, um zu piepen Alleluja Kein Falsch an Ich kann halt nicht schneiden Warum auch ich meine Hä? Ich hab viel gedrückt, aber nicht Denn, Nico, du musst schneiden lernen Du musst ein Gefühl dafür haben Ohne Gefühl kann man nicht wirklich schneiden Das stimmt Hast du kein Gefühl, bist du so gut wie tot, wenn du schneiden musst Uh, da hat er mein Schusswort gedeutscht Ich kann halt es machen, der, der zuerst piekt hat, gewonnen Das hier nicht in die Situation kommt, dass der andere zuerst ging muss Hä, mein Gleiter, die bleiben jetzt die Blöte Du musst die Situation finden Das der erste, dass der hier nicht zuerst ging muss Dein kleines Köpfchen ist so schön Ist es das? Ist es das? Ja, ich... Für mich, wenn du immer mal Schnee-Go in real life siehst, denkst du so Oh mein Gott, das ist Schnee-Go, oh wie cute Ja, die Fresse Ich bin einfach nur ungefähr in der Größe wie eine Schildkröze Das war's dann auch schon Na ja Oh mein Gott, Alter, was ist jetzt passiert? Junge, wer hat gerade alles runtergeschossen? Da hat er noch ein bisschen besser, oder? Oh mein Gott, Alter, das war gerade so traurig, ja? Zum Zoom Hart am Fettfingern Ich kann auch so ein Bild verändern Amy, hör doch auf, Alter, das ist so ein Abfuck Dex, du bist witzig, oder was? Naja, wenn es, wenn es auch wie, äh, bei Bash Royale ist Also halt, bei Teams oder Du ist Dann würde ich immer irgendjemand absnipen Ist ja auch richtig, ich kann's machen, was du willst Mein Kleider hat gerade deployed Und ich bin gerade mit dem Kleider Wo gelandet und ich bin gestorben Ich bin gestorben Obwohl ich mit dem Kleider, wo gelandet bin Wie hat er dich getroffen? Wie hat er dich getroffen? Aber muck nicht so Genauso wie ein Muck nicht so 12 Hit, mein Kentien Hör auf runterzuschieben, das ist so lächerlich, man. Das ist so lächerlich, man. Das soll, das... Das wird, äh, genau. Wie du mit dem Kill abschläufst. Ey, ich hab sie, glaube ich, zu 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. Dann denkst du, ich schreibe sie doch nicht an, oder was? Jetzt mische ich mich auch die ganze Zeit ein. Hä, sie hat mich runtergeschossen? Da bin ich runtergeflogen, ich hab sie gesehen und hab sie angeschossen. Weil soll ich wissen, dass sie gerade im Fight seid. Scheiße. Ja, fightet die jetzt oder weil irgendjemand... Ist egal, wir dürfen unterhalten, wenn man will. Scheißegal. Ich bin so scheiße im Snipe, ich bin so scheiße. bist du nicht warte nico warte mal kurz warte mal kurz nico bist du überhaupt ich habe auch keine märz mehr wer von euch war ein lebensgerade ich habe gerade überlebt Warum ist die Mannschaft so am Strift? Nein. Kleine Gabber. Hä? Wo musst du ruhig wahren? Schade. Ja! Okay, das war witzig. Das war geil. Das war geil. Das Regeln ist der Abstauber. Das stimmt. Du hast gesagt, die Regeln... Ja, ich hab extra die ganze Zeit gewartet. Weil du gesagt hast, dass die Regeln jetzt egal ist. Okay, dann. Ich muss ja nicht warten. Doch. Oh mein Gott, nein. Ich bin so tot. Ich lass' ich in Ruhe, weil... Ja, okay, dann nicht. Scheiße. Richtig geil. Hä? So was machst du dir auch die ganze Zeit? Ich... 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 Okay, ich hieche aber keinen runter. Doch, du hast mir schon zwei Mal runtergeschossen. 110 Ein-Shot. Hä? Die Papp macht viel zu viel Schaden momentan. Weil auch... Vor allem... Vor allem, ich steh hinter der Treppe und krieg trotzdem noch drei Hitze hintereinander da auch. Was ist denn... Oh mein Gott ist der. Was ist denn? Was ist denn? Im Moment, aber... Ich hab' dich grad komplett gesetzt hat! Ja, normal wenn ich vor dir stehe und die scheiß Waffe nichts macht, alter. Ich bin komplett auf dir drauf. Ich anvisier' sogar, ich bin komplett auf dir drauf. Die scheiß Waffe connected, die schüsse einfach nicht. Als wenn Sumi. Hä, lol. Wie hast du jetzt Schilds? Alter, die One Pump viel zu viel! Aim halt. Spaß. Ich aim, das One Pump einfach viel zu viel. Hä, One Pump heißt Headshot? Mein ich ja. Hä, und Headshot'n kannst du nur, wenn du gut aimerst. Headshot'n ist einfach mit den Pumps, weil der von der Welt gefühlt wie Headshot ist Headshot. Ich hab' halt keine Alternative zu der Pump. Ich muss immer, wenn du was machen kannst, mehr kann ich rum drüber. Wenn, dann müssen wir mal rein und sprechen. Sie schießen mich dann aus. Aua! In der Luftanhalter! Ehre! Sie schießen mich dann aus. Tix, Tix Oh mein Gott, Digga Der war nämlich mal andersweise nah Aber ich, genau in dem Moment, wo du runtergeflogen bist, Alter Genau in dem Moment, wo du runtergeflogen bist Also es genau dahin hingedings, wo du noch gestanden hättest, wärst du nicht runtergeflogen Deshalb ist es halt übertrieben knapp aus Oh mein Gott Oh mein Gott xD Seid ihr alle jetzt schon wieder? Munition suchen ich ich nicht ich auch so gut ich glaube ich auch nicht mit der Schlag was mit dem Schlag ja ein Land das ist wichtig ich dachte immer dass er uns also schüttelt er hat sich nach ja ich weiß dass sie das schlaft aber ich da Jan müsste auch gleich wiederkommen. AB, wenn du leaky kommst, kriegst du die goldene Heavy, dann kannst du Nico die epische geben. Warte, Schnee, guck ich hier beim, äh, kleinen Brick, äh, ding, sonst liegt die. Ich bin nämlich nur der Chip, der One-Pumps drücken möchte. Junge, ich hab dir grad ne Heavy gegeben. Ja, 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 tschulde, tschulde. Du willst ne Snipe Battle? Du kriegst ne Snipe Battle. Tja, ne? Danke dafür. Das war der Quickscope, sein Großvater. Junge, ich hab dich nicht mal gesehen im Visier, einfach nur so. Äh, ich hab's so halb an Visier. Wo ist denn die Waffe? Achso, achso, ja, stimmt, sorry, sorry. Äh, komm einfach her. Heu, 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 lea, 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 lea fый, lea Moz giant! Äh, äh, äh ... Weißt nicht? In dem roten Container hinter dir. K. Das ist da, wo mein Bone anfängt. Hmmm. Ich kann dich auch töten, ey, meh! Herr, wo seid's hier? Hi! Hm? Loh! Ein Tor! Chill doch! Alter! Sorry! Egal, egal! Es zum zum, I love you! Loth! Thank you! Wo seid ihr überhaupt? Joachim! 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 Wie sie mich, wie sie mich fliegt! Hallo Leute, wo seid ihr denn? Leacke, leacke! Leacke, leacke! Leacke, leacke! Das ist gerade komplett geflickshotet! Das war ein Flickshot? Ja! Du hast gerade was geguckt! Was ist ein Flickshot, Alter? Ne? Was ist das? I don't know! Wie fällt das, was ich gerade gemacht habe? Jürgen, hör auf! Ich hab noch krass die Wand gebaut! Ey, wie 121er Hits! Wie geht das? Das hat mir noch 108er Bill! Ich liebe die, die neue! Nico, ich hab mir gedacht, da ist ja Nico! Ah, das ist ein süßer kleiner Body! Mit versuchen zu... Ja, das klar, ich kann's einfach nicht! Oh mein Gott, nein, schon so gefehlt! Komm mal her, komm mal! Ich bring dir das bei! Es geht so! Aha! Ich kann das schon so mit! Ich kann das schon! Nur manchmal verkackt man halt nicht so! Oh, Dreck! Hab' man selbst verkackt, weil ich wacke! Sorry, Nico! Schießen vielleicht? 168er saftiger One-Verbalter! Ich liebe sowas! Ich liebe sowas! Ich liebe sowas! Wie viele, wie viele Peerst du? Gerade eben hast du noch gesagt, du hast... ...die Pam so krank sind! Nein, ich hasse es nicht! Ich finde es immer so... ...es ist mit sehr viel Schaden, wenn ich ihn abmache! Amy! Alles klar, es baut nicht! Ich bin gerade einmal, du kannst nicht lieber in Geploin! Ich hole mir jetzt Metz, Leute! Äh, indem ich steige, weil dann kann ich mir die goldene Heavy aus dem Automaten holen! Es könnte Heavy im Automaten holen! Es könnte Heavy im Automaten holen! Ja? Ey, wie viel... Für was, für was, für was? 300 Stein! Stein! Okay, Stein! Nein! Nein! Verpisst! Macht sie denn? Was will denn die? Was will sie denn jetzt?! Ich kann nicht mehr springen! Pisst euch! Meine! Shut the fuck up! Ey, wie wusstest du das, dass man so oft springt, dass es so wie so eine kleine Sperre ist? Jaa, das ist scheiße! Tja, das ist echt so. Kaltus Drift, Faketti! What the heck?! Ohhohohohoho! Saftiger Quikscombe, Alter! normal ich habe komplett still auf dem Berg auf dem Baum gestanden ja auf jeden Fall still weil wie viel Applaus du so mit 8 8 hättest du nicht diese scheiß Neiber gehabt hätte ich so geholt sollte deswegen ich bin mal es einfach mit das ist ja Warte 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 Scheiße wer freil ich jetzt mit wem? Amy schießt mich an! wir sind gerade nicht so mit, also kriegst du das dann schießt mich Amy an und dann greift mich so mit an alle natürlich alle gegen alle aber Digga man hat gar keine Kontrolle mehr wenn du einmal piekst dann schießen sich zwei an das geht nicht Leute es ist auch so wenn man in Solo oder so spielt man wird immer von zwei Seiten angeschossen das ist dann nicht man hat mal Glück ja ja aber man sollte es nicht gezielt machen oh mein Gott siehste im fliegen Digga das war gerade eigentlich ein Fun-Shot dein scheiß Ernst meine scheiß Ernst ja oh mein Gott alter hab ich dich gerade runtergeschossen pickscope äh noscope meine ich guck du hast du gewonnen wenn ich jetzt einmal pieke wenn ich einmal pieke ich kriegst du tot wer hat es gerade runtergeschossen alter ist er ja Fanny das war Amy jungen Amy von wo bleibst du denn ja ne กinnen altar ja 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, das ist schön gewesen. Meiner auch. Oh, was?! Baby! Komm Amy, triff mich, triff mich, triff mich in der Luft, triff mich in der Luft, komm! Amy, 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 versuch es, versuch es! What the heck? Junge, das ist die große Scheiße, Alter! Scheiße, ja... Das ist scheiße, wenn man so lange... Warte, ich mach's dem... Ich mach's dem Wiegel, warte Luft! Nachladen! 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 Man kann während der Nachladen auch schießen! Ja, aber ich dachte, man könnte doch nachgeladen! Warte, ich mach's dem Wiegel ab, nur Achtung! Vielen Dank an Sie! Okay, lass Sie! Lass Sie her wieder liegen, danke! Komm, ja, oh no... Oh, oh yeah! Oh, yeah! Nein, also ich lass Sie hier liegen, aber ich guck's hier mir, ähm, an! Gott, Alter! Was macht er jetzt hier? Nur auf einmal kommt doch so ein Behinderter mit Katzenkostüm angeflogen, Alter! Oder Hasekopf, was weiß ich, was es ist! Hase! Please, ich will doch nur meine Heavy holen! Welche Heavy? Der unten liegt... Zoom wie?! This is a Heavy holen! Ich helfe der Zoom mit, ne? Ja, möchte ich gerne! Nein, Junge, ich bin grad kurz davor, für die nächsten fünf Jahre von diesem Discord zu helfen, Alter! Amy, Amy! Da, da, da! Da! Das ist so traurig, dass ihn noch niemand treffte! Ich stand da einfach gestellig, ich hab ihm so, Amy! Treffen! 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 Valiuri! Allee, ade, kids! Ich fuch' Materialien! Keine Metze, ne? Scheiße! Ich hab nur noch so 50 Metze oder so! Oh mein Gott, Alter! Das kämpft mich wieder gegen zwei gleichzeitig! Hä, gegen wem? Hä? Lol! So mit... Digga! Digga! Let's go, baby! Was für let's go, baby, Alter! Ich komm mit 18 AP um die Ecke! Dann komm nicht mit 18 AP um die Ecke! Ja, was soll ich sonst machen, also? Soll ich mal Kaffee trinken oder was? Ja, weggehen! Vielleicht heilen! Hätte ich... Healing! Dann... Healing suchen! Aim ist heute einfach nur scheiße, Junge! Guck, Aim ist scheiße, ich sag's! Ich will One-Shot-Summit, du kannst kommen! Ey, ey! Ich hab irgendwie so viel angehittet, ne? Ja! Das läuft wach! Jan! Hi! Hi! Oh Moin! Wie war der Schlaf? Jan! Martin! Ich hab' den Schlaf! Ich hab' den Schlaf! Und haben zerstört werden auch, ne? Das müssen wir auch dazu erzählen, ne? Ja! Ich hab' den Schlaf! Ich hab' den Schlaf! Ich hab' den Schlaf! Und... WTF? Von wo schießt du? Amy! Hä? Von wo werde ich abgeschossen? Von hinter... äh, von... ähm... Osten von dir aus gesehen! Von hinten! Fuuu! Yeah! Hä? Von wo? Oh mein Gott, Alter! Jetzt von Westen und von Osten! Ja, oder? Nein, Amy! So nicht! Hä? Liko? 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 Was? 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 Ja... West! Alle ja, der Käse, der Pump-Up! Der Pump-Up-Kips! Liko! Niko? 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 Niko, Niko, Nii! Kannst nicht treffen! Niko, 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 Nii! Neeein! Du 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 du! Ich merke es gibt'n... YouTube seit kurz... seit einer Zeit jetzt'n Dark Mode! Ich wusste nur, dass es also ein Handy gibt aber in die Ka... GANZ. Der gibt es schon ganz lange, Jan. Wusste ich nicht. Ich schriefe angenehmer so. Brauch doch. Ich muss kurz wieder dran machen. Ja, what the fuck? Ich stand jetzt nicht mal oben. Bei mir stand das so gerade noch über mir. So mit einfach 20 Kills mehr als ich, Alter, was ist denn gut? Leucht bei ihm, Alter. Genau, wird besser, ne? Gleite dich, bleut nicht, gleite dich, bleut nicht! Weißt du, Niko, Niko, bei snipen ist es meist, äh, so in meinen Fällen jetzt so, nicht wer höher ist, er hat gewonnen oder, ne, sondern es kommt halt immer noch auf snipen an. So, weißt du, was ich meine? Ah, schade, wär so schön gewesen, wär so schön gewesen. Ah, wie ne Mario schafft sowas nicht. Ich muss nur den Schlüssel, den muss ich noch treffen, den muss ich noch treffen. Einige Leute bewerben so richtig heftig sein Stream, da kommt Niko, stream online. Was ist? Egal. Achso, ja, 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 ne. Hat, war irgendwie zu faul, um da irgendwas krasses zu schreiben. Von, hä? Oh, ich hab die, 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 ich hab die. Von vor hast du mich denn gerade überhaupt angeschossen? Was? Dann hab ich dich nochmal angeschossen und ich hab mich noch gehittet. Hä? Bist du nicht ein Leaky? Bist du nicht ein Leaky? Bin ich ein was? Leaky. Ich bin ein Leaky, ja. Wie hast du mich denn gerade angehittet? Was? Am besten von Leaky. Mein Gott, Alter. Tschüss. Gleitere Leute nicht, Gleitere Leute nicht. Danke dafür. Das war gerade geil. Oh mein Gott, nein, Alter. Oh mein Gott, nein, Digga. Oh mein Gott, nein. Bitte nicht, bitte nicht. Nein, bitte lassen wir den Kill. Bitte lassen wir den Kill, Sumi. Nein. Sumi, kill mich. Danke. Ich bin auch tot. Ich bin auch tot. Ich bin auch tot. Ich bin auch tot. Schöne 176er Hatshot. Und dann noch 50er Hatshot. Ich bin auch tot. 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 Oh mein Gott, Alter. Von wo was? Hä? Evie checkt mal wieder gar nichts. Nein. Du warst auch unter mir. Dann warst du auf einmal wieder über mir. Und dann war ich tot. Hey, Kattie. Stop. Katt, da macht einen fucking Baum. Danke so gut. Er hat mich verrückt. Er hat mich verrückt. Jetzt hat er mich. Hehehe. Es fängt so geil an. Es fängt so geil an. Es fängt so geil an. Mit einem richtig geilen Hitzealter. Mit einem richtig geilen Hundert-Pierer-Hitschot. Dann kommt somit mit seiner Drecks-Bam-Up-P-90-Alzer. Und denkt, der wäre King. Und dann tötet der nicht. Es hat der König der Alten. Ich bin Swaggy. Ja genau. Das lief. Ich bin sexy. Ich bin... 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 Und dann meio pausei loSieren. Ich bin... Bis später, vielleicht.